ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge left for dead danke an luci für die geilen sound effekte in der cutscene brutal oder 4k ja ich hoffe wir nehmen jetzt auch alle auf german ja dabei ist der german nick der pleb und luci wie immer und wir haben jetzt ein neues kapitel wir sind jetzt bei cold steam also kalte kalter strom und komischerweise natürlich wieder mit den neuen charakteren bei mir ist das irgendwie voll kacke aus die grafik normal ist es nicht weil ich habe das dinge das geben deinstalliert gehabt und sie ist auch an dass wir das hier wo danke man ich habe sie erst mal mit den fahrt kommen bei dem game hier du ich bin hinter den juggernaut joo juggernaut wahrscheinlich oder bei mir bist du ja stimmt german sieht uns anders als wir eigentlich sind karl ist halb nackt bei ihm nein ist sie nicht und ich bin so ein tanzer charakter gewesen jo kommt ihr ja ich bin jockey 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 komm her buch knabbeln lady 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 oder bei mir ist wieder ein cut jungs jawohl so auf die fresse jetzt geht schon wieder mit captain america steht in die fresse so er ist er ist wieder in seinem element hier tut sich die grafik bei mir ein bisschen komisch aus muss ich die nächste folge machen wie gesagt bei mir ist es auch so das liegt an der map oder an germans lobby wahrscheinlich an germans lobby kann sein weil ich vielleicht ein paar partikeln im modus so um die rolle verheirat mit bürger und den ferns das ist ein férlicher drogen nichts also die der von der lsd johann schreibt ihnen alle hat man sich vielleicht gewöhnt ja schild hollow Oh, hier gibt es einen Katana. Ja, Schatz, hallo, wir haben hier gerade da unten Action. Hier gibt es richtig geiles Hübschen. Lass hier chillen. Oh, scheiße. Richtig, wir holen dich. Achtung, German. Heiß, 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 heiß. Muss ich das Feuer anzünden? Also ehrlich. Ja gut, ich dachte, ich mache die Zombies tot. Ja, toll. Gut, gehen wir weiter. Ja, ich habe einen Knüppel aus dem Sack. Jetzt habe ich ein Laserschwert. Oh mein Gott, Alter. Wer ist das, ihr kleinen Bastard? Tritt doch an, schieß doch drauf. Mach ich doch. Keiner tritt doch. Ja, ganz Magazin rein, so nicht getroffen. Vorsicht, hinter dir. Auf die Stratze. Ja, ja, das geht mir jetzt gut. Ach, mach ich mal hier mit, hier nachher. Aua! Aua! Au! Bühme, Bühme. So kommt hier. Ach, normal Kurve. Entschuldigung. So, war's gut. Wo ist es lang? Ich habe keine Ahnung. Stopp, hier lang. Ist für mich völlig blind, also... Mach doch mal, Luzzi. Geh rein einfach. Hi. Hey, das Schwert. Jawohl. Komm, man hier rein. Lol, hier ist eine Scheißhüte und da war ein Zombie drin. Ja, hallo, die brauchen auch mal Privatsphäre. Ich glaube, der ist beim Kacken gestorben. Oh, hier ist Muni. Oh mein Gott. Sorry. Er wurde beim Kacken gebissen oder so, keine Ahnung. Ha, das erinnert mich an Zombieland. Die 10. mit einer Toilette. Spoiler doch nicht, für alle, die in Zombieland noch nicht geguckt haben. Na nicht, du hast Zombieland, das ist cool. Ja, das ist 80 Jahre her. Da war ich noch jung. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Aaaaaah! Oh, scheiße. Hilfe, Hilfe. Ja, ich bin schon da. Ein Ding. Äh, Rannhof. Ja. Oh mein Gott. Warum ist es nicht... Aaaaaah! Aua. Ja, du kommst nicht so. Feuer! Ich bin immer an der Kacken. Ich bin immer heilen. Ja. Jo, von hinten gemacht, hey. Was? Oh, das war Nick. Huh. Easy, safe, safe, Leute, safe. Was ist das da? Irgendwissens, ein High-Kollchen-Mod ist hier drauf. Da leuchtet irgendwas. Ja. Was ist das? Wie gesagt, ich habe ein Grafik-Mod mit da an. Sohn, vorbei. Loil. Ach, du Scheiße. Aaaaaah! Was ist los, Mann? Ja, die Karte kommt, die Karte kommt. Für das Team! Für das Team! Oh, scheiße, Mann. Für das fucking Team! Komm rein! Oh mein Gott! Hier ist Safe-Room! Safe-Room! Ich kann, ich fehlt nichts! Hier ist Safe-Room! Komm! Komm, Schatz, komm! Luzi, Safe-Room! Safe-Room! Komm, jetzt hier rein! Ich bin Krixus! Oh mein, nee! Wo ist Krixus? Krixus, der Verreckte? Ja. Was, der Verreckte? Du hast gesagt Krixus. Ja, wahrscheinlich Krixus, oder? Krixus. Krixus. Bordwig! Oh, nee! Bitte nicht, ey! Das ist was schlechter, die ganze Videoreihe. Sorry! Achso, macht nichts. Genau, jetzt machen wir eine Folge, wir haben nur MLG in der Sch... Da bin ich raus, Leute, da bin ich raus. Da haben wir hier, hier haben wir eine... Oh fuck, jetzt habe ich meine Reife getauscht. ... und eine Schmutzhütte. Nee, alles kack. So, geht's jetzt hier weiter? Ja, 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 oh. Ich halb mich nochmal extra. Oh shit! Weil keiner von euch ist ja verreckt. Nö. Ja, ist ja viel zu easy. Ja, Lucie, mach nur mal hier. Alles gut. Na klar. Wenn ihr euch nicht traut, gegen Zombies zu campen. Ja, genau. So. Oh, scheiße. Achso, ich dachte, es wäre eine Bitch. Nein. Nein, alles gut. Oh, wachen. Combat Shot. Ah, oh, M16. Ich nehme die, ich nehme, oh, die M16. Oh, ah. Alles klar. What? Hier ist die M16. 30. Ah, geil. Scheiße. Das ist mir gerade angeschlossen. Sorry. Ah. Alles klar. Spitterer. Sehr bestätig, die Sau. Sehr schön. Ah. Ah. Oh, Klan hat. Okay, cool. Da ist noch kein guter Typ Körner zu nehmen. Na ja. Da, da. Was? Es erberstet hier. Wo kommt denn das hier? Das ist gut heute, wirklich. Lade nach. So. Oh, shit. Ich glaube, wir machen Feuer, ne? Äh. Lagenarten. Hatte ich mal einen Vollfall? Komm, oder? Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, das andere ist mir, ne? Lade nach. Passt, dix. So ein Mistakes, bestimmt lecker. Rechte Seite, welche? Welche? Rechts. Sehr schön, Luzi. Ja, ich carry, ich carry, okay? Oh, scheiße. Was ist das? Ähm. Ich habe ein ganz, ganz, ganz komisches... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein fetter Stein. Oh, was war das? Der Stein. Tankhawk, Tankhawk. Ah, die Städte. Die Städte von mir. Oh, die Städte. Alter, wachst doch nicht die Waffe, du behindest. Oh mein Gott, der rastet aus. Oh mein Gott, die Städte von mir, Alter. Mach den durch. Zaun. Er braucht sein Medikament. Achso. Kann ich jetzt auch hier hoch? Ja, ne? Ja, natürlich. Alter, was war denn das für ein Riesenbrocken? Das ist genau auf Term, ey. Das hat nicht genau getroffen. Ah, danke, nicht. Alter, der hat einfach... Oh mein Gott. Ey, ich hab alles gleich nicht abbekommen. Oh, scheiße. Alles klar, ich helfe best. Ich versuch dabei. Ja, alles klar. Oh mein Gott, Alter. Ich fuhre mal kurz. Ich hab alles abbekommen. Alles, was es gibt, ne? Doch, Rolos. Weiter geht's. Marete hier, du. Nicht auf die Autos. Die blinken nicht. Luli, die blinken nicht. Ja, das haben wir letztes Mal auch gesagt. Guck doch, die blinken nicht. Vorsicht unten links. Komm hoch. Ich soll nur noch die probizieren. Alles, die bestätigen. Oh, nee, das ist jetzt. Okay. Habe ihn. Alter, es fliegen auf die Köpfe und so weg, ne? Nee, bei mir nicht. Oh, kranker Scheiß. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Da ganz oben. Hier oben ist sie versteckt, ey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist ein Jockey. Nein! Hunter, mein ich. Ich komme. So, jetzt mal healen. Kettensäge. Ja. Ah, Kettensäge. Kettensäge. Äh, Spitter. Wuhu. Achtung, Schleim. Achtung, Schleim. Spitter, Schleim. Uh, uh, uh. Also, ha, du Rekaten, Kettensäge. Huuhu. Ich meine immer rumschreit, ey. Deiner? Näh. Auf welches Auto? Auf welches Auto? Muss man jetzt hier rüberspringen? Ich glaube schon, ne? Vorsicht, einige Autos verfügen über eine Alarmanlage. Steht bei dem Auto, wo kein Licht dran ist. Ja, wir müssen hier weiter. Let's go. Luzi, links. Sehr schön. Wir haben PIN. Vorne. Vorne. Die brauchen wir bestimmt. Lade nach. Boah. Lade nach. Ah, mega. Uah, nein. Was? Was ist noch? Uah. Charter, ist tot. Tot? Tot. Tot. Von hinten. Wollen wir mal hier von nachher. Kommt hier weiter? Hier muss man rein, wo der Zaun kaputt ist. Ah, okay. Kommt noch was? Jetzt ruhe da. Genau, zu hoffen billigen Plätzen, genau. So, weiter. Vorsicht, Luzi, unter dir. Muni. Muni. Mega. Einfach da rein, ballern. So, und runter. Und runter. Oh. Ah. Uhuhuhu. Alter. Na. Kommt her, kommt her, kommt her, Los, kommt. Luzi. Ah. Ah. Alles drauf da, hier. Wieder abgült halt. Hä? Ich werd gezogen! Oh! Okay, sauber. Joa, weiter gehts, ne? Entschuldigung, ich hätt gerade wieder mit meinem, äh, hier, wie heißt du mal, meinen Anfall gehabt. Ja, nur mit dem normalen Anfall, kenn ich ja. Ja. Passiert halt mal mit ner Kettensäge. Was verlassen bei dir? Was ist denn das denn? Crawler oder so. Lol. Das ist ein bisschen schneller, ne? Ihhh, der ganze Darm war über den Zaun. Lade! Kranker Scheiß hier, ey. Lade! Sauber. Huh, ist das für ein Ding? Schießen sie auf die Pässe. Oh, warte, bitte nicht mehr die Pässe. Machen sie sich meinen Kampf bereit, steht hier. Warte, warte, lass jetzt säubern hier. Wuh! Ihhh! Hahaha! Wie das aus? Äh, aah, aah, aah! Was ist das? Munition, Munition. Ja, das ist ja. Soll ich die M4 jetzt nicht? Ich nenn lieber die M4 jetzt. Wo ist die? Ja, im Zerrat, das ist Muni? Wir sind Waffen. Was? Hier ist ohne Schrot bitte. Detibrillator. Ja, das ist mal meine. So. Pillen. Äh, Pillen und Defi. Nehmen wir euch den Defibrillator mit. Ich glaube, das kann ich nicht mehr, oder? Doch. So. So. Ich bin bereit. Ich nehm die Tabletten. Was auch immer jetzt passieren mag. Okay. Und jetzt? Jo. Was? Gämmt sich zum Schutzraum durch? Oh, super. Oh mein Gott. Oh nein, das mag ich ja gar nicht. Wieso hast du so wenig los, Alter? Oh, große Smoker. Oh mein Gott. Ich nehm das Katana, man Leute. Ich mach euch den Weg frei. Na, Hunter. Oh, Leute. Ach dich. Oh, ich bin voll gekotzt. Nein, nicht Boomer, nicht Boomer, nein! Stop, komm! Wir haben ihn untergeschlagen. Nick, komm! Wahrscheinlich Nick, oder? Leute, wir müssen kurz nicht verbrennen. Ja! Alter, ihr Peller, lass mich rüber! Okay, okay, okay. Hab die Idee. Äh, Züngel! Oh fuck! Ja, gar, ich hab nix zu meinen. Kommt du? Wir müssen jetzt rein, Mann. Ja. Alter. Alter. Ich hab keine Muni mehr gleich. Die geht voll schnell weg, die Muni, Mann. Hier ist er! Glaub ich. Was, ein Schutzraum? Ja, hier! Leute! Ah! Ich seh nichts, ich bin voller Blut. Die kommen alle von unten. Da müssen wir auch runter jetzt. Let's go! Da kommt noch ein Boomer oder irgendwas. Oh, muss nachladen. Ich glaub ich sterb vielleicht, Mann. Ja, Schatz, was machst du denn da unten, ne? Wir müssen pushen, die kommen nun endlich. Okay, weiter, weiter, nimmst du los. Aua! Aua! Nein! Oh, Charter, Alter. Really? Und dann Boomer auch noch. Nein! Das war's! Komm, Maddy, komm, Maddy, komm, Maddy, komm schon. Ja. Das hoff ich auch nicht. Ich bin vielleicht tot. Ich seh nichts, Mann. Weiter, weiter. Schöne weiter. Alter, nimm mal. Hunter. Hier ist der Schutzraum, glaub ich. Nein. Doch, hier, 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 hier ist er. Springt einfach drüber, Leute. Ah! Nein! War doch nicht jetzt am Ziel. Okay. Okay, weiter. Okay, komm. Männer! Oh, steil. Oh, ne Acker. Oh, 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 oh. Oh, das war aber ganz knapp, du. Das war eine ganz knappe Geschichte, ne? Ja, war's auch. Alter. Ja. Ich wurde da nicht angekotzt, einfach so alles gut. Jo, wahrscheinlich angekotzt. Das war Luzi. Wahrscheinlich lustig, oder? Ich wurde auch voll oft angekotzt. Alter, hat der gerade Hurensöhne gesagt? Keine Ahnung. Ich hab sie gehört. Gefällt mir. Ach so. Dann würde ich mal sagen, mit diesen Worten. Ja. Viel besser. Bei uns fürs Zuschauen und das in der nächsten Folge. Ja, passen wir in der nächsten Folge. Ja, schalten wir beim nächsten Mal dabei. Äh, einen wieder. Wir zahlen jetzt wieder Zombie-Schnitzel. Oh, ist schon viel besser. Ja. Ah, Acker endlich. Dementsprechend. Tschau. Ciao. Tschüssi. Tschau. Tschau.